... ... ... ... ... ... ... ... ... FreeSky ... ... ... ... ... ... Da darf ich nicht bewegen. Motor aus ist gut. Ich muss ja alle schalten auf. Ich habe alle programmiert. Ich mache meine Uhr. Wenn ich den Motor an mache, dann fängt sie an zu laufen. Dann mache ich sie wieder der erste. Wie lange der Akku hält. We try and then we cry. I think only one cry. Only one cry if we come out. The last one. The owner of the building. Er hat nicht signalisiert. Jetzt muss die Tabelschäbe noch ein bisschen hoch und abspringen. Jawohl, it's gone. Und jetzt hat er sie mit dem Motorrad konnektiert. Jetzt haben sie eine Connection gebunden. Wo lande ich nachher wieder? Nicht im Wasser. Come to look. Das wäre sie. Das wäre sie. Das wäre sie. Meinst du, sie geht weg? Bleibt sie oder geht sie weg? Ich darf halt dort nicht landen. Ich muss gucken, wo ich nachher lande. Da. Oder hier. Schau dich. Schau dich an der richtigen Weg. Diese Weg. Die Kamera ist jetzt in Brunnen. Du sagst mir vorher, die andere. Jetzt habe ich sie veränderst und habe diese auf dem Fuß. Schau dich. Ich glaube, ich stelle ihn da her. Ich stelle ihn viel besser. Sonst ist er schneller wie im Wasser. Steller wie im Wasser als gedacht. Ich bin jetzt ein paar Monate nicht mehr geflogen. Daher komme ich in die Äste rein. Sag mir wo. Hier. Hier könnte nichts passieren. Wow. Wow. It's not a drone who starts now. Very different than my drone. Das Geräusch bin ich nicht. Ich glaube, das sind die Fliesen. da unten oder kann das teil johann der wieser den schulnehmer zum weissen noch einmal genau dieser hini tun hier im isolo käme vor ist acht das geräusch ja der rutscht auf der fliessen kann nicht stoppen also kann sich nicht stabilisieren ich habe mir das ja wow so weit Wow! Wow! Look the water! How moved the water in old?